Das ist Masti, mein neuer Freund, und der hat mir auf Toilette Sachen gezeigt mit seinem Mund. Ich war begeistert. Ich habe nicht geglaubt, dass man so etwas mit dem Mund machen kann. Ich glaube, du zeigst den Leuten mal, was du mit deinem Mund so machen kannst. Viel Spaß und Applaus für Masti! Ja, ich bin Masti und mache Dinge mit dem Mund. Und heute ist ja auch Geburtstag von der schönen Kneipe hier. Restaurante, Wilde 28. Und aus dem Grund zeige ich, was ich nur mit dem Mund so mache. Das ist zu laut. Ich brauche jemanden, der das leise macht. Das tut ja weh. Das ist zu laut. Das war's. 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 Das war's.